25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen an deine Fans von Fortuna Düsseldorf. Unter links drin. Aufgestellt hat sie auf jeden Fall wie immer unser Cheftrainer. Und hier ist die Mannschaft der Fortuna Düsseldorf. Torhüte Nummer 30, Raphael Wolf. Mit der Nummer 3 sehen wir André Papua. Die Nummer 4 schlägt Julián Papua. Mit der Nummer 1. Die Nummer 1. Zimpression, wie Sie unsere Redaktephäre, die Hereimenschaft von Fortuna Düsseldorf. Halt die richtige Platz прекрас almighty. Ich schließe dich. Die Kitzelhofer ist ein Kitzelhofer, der Kitzelhofer ist ein Kitzelhofer. 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 Alleh, 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 Alleh! Ja, Schalatze! Ja, oh! Schieß einfach mal! Fortuna! 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 Spiele auf Amman! Ja! Ach Mann! Ja! Tschüss! Oh Mann! Die nächste Chance! Schiess! Ja! Ein verwandert im Tor! 2 zu 9! Ja! Das gibt es nicht! Musavi machte es! In den 4.0! Das sind 4 Minuten! Ja! Die 4.0! Die 4.0! Die 4.0! Für uns der Fortuna! Das ist der 2.0! Der 1.0! Das ist der 1.0! Der 1.0! Das ist der 1.0! Das ist der 1.0! Fortschritte, Fortschritte, Fortschritte Wir sind gut, wir sind höher Wir sind hochfossen! Schönen wir hier! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Spiel doch rechts rüber, Mann! Was ein Idiot! Ja! Oh, das ist nicht wahr! Bravo! Bravo! Witz! 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 Spitzleiter, 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 Spitzleiter! Spitzleiter, Spitzleiter, Spitzleiter!